Hi! Ein bisschen ne Mongas, oder? Ja, Imposter mit Zitrone und Amity. In den letzten Folgen wurde ich nonstop Imposter. Und... Eventuell setze ich das jetzt fort. Ich sehe das als Ausgleich für die ersten 100 Folgen, wo ich es kaum wurde. Wobei man sagen muss, wir waren jetzt auch nur 10 Leute und dafür sind 3 Imposter. Also die Chance war schon sehr hoch. Ja, ich hatte noch 2 Folgen zu machen vor Folge 200. Ich dachte mir, warum nicht jetzt? Und ich heiße Kerlin, was ja ein potenzielles Jugendwort 2023 ist. Ich muss ja hip und cool sein. Und leider konnte man die Schreibweise mit Sternchen nicht machen, weil man kein Sternchen setzen kann in diesem Spiel. Das waren so die wichtigsten Informationen. Jetzt geht's los mit ein paar fröhlichen Kills. Funny Car. Du darfst kein Burger mehr machen. Schade eigentlich. Oh, noch jemand. Aber ich habe einen Kill-Codown von 16 Sekunden. Nein. 9, 8, 7. Der wird schon nicht immer alle Berge sein, bis ich mal da bin. Oha. Ist hier noch jemand? Nö. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe hier. Ich habe wieder den Cosmic Cube gewechselt. Denn wir brauchen ja wieder mal ein paar andere Sachen. Kann man hier nochmal... Ja genau. Snack Cosmic Cube. Sieht aus wie eine Pyramide vom Aufbau. Was man hier so freischalten kann. Holen wir uns ein paar Sachen. Yeah. Oh, neuer Hintergrund. Zack. Und da ist noch ein neuer Hintergrund. Aber da wird mein Geld nicht bereichen. Es geht direkt weiter. Schlag auf Schlag. Hm. Hier kommt die nächste Runde. Crewmate. Ja. Die Erholung gönne ich mir. Ich hatte genug Imposterrunden. Warum haut ihr alle ab? Ihr seid so bescheuert. Hey. Wir sind auf einmal auf Mira. Wer ist denn dafür verantwortlich? Habe ich auch kein Problem mit. Mira kommt auch nicht zu oft, ne? Ich habe vielleicht zwei aufgenommen. Wow, wie viele Tennisbälle. So, scan. Ha. McGonagall. Das ist doch eine aus Harry Potter. Na? Wie geht's dir so? Nur was ausgehen. Okay. Gut zu wissen. Prime Shields. Hier haben wir auch noch was. Yeah. Ja. Oh, jetzt ist die ganze Kram hier. Ich bin ja schon fast fertig. Uuuuuh. Projektleiter ledige fünf in den Aufgaben insgesamt. Ist das cool, in jeder Flächen irgendeine Sheepman zu bekommen. Jetzt muss ich es hochladen. Äh. Ist schon wieder eine so Zahl. Ich muss das jetzt um jeden Preis hochladen. So ist hier mein Motto. Wenn irgendwie eine Sheepman kommt, dann muss das drin sein. In einem Video. Seht ihr auch so, ne? Ja. Die Gang ist hier unterwegs. Habe ich überhaupt irgendwas? Oder wenn ich es sehe? Ich kann es sehe. Uh. Foddykai. Wie sind denn, hab ich gerade EBS freigeschattet, oder nicht? Jo. Wann hat er zu sagen? Gelb. Du warst. So. So. Sorry. Ne. Du. Menjalann. Also. Ich habe mir extra schon einen Namen gegeben, der cool sein soll. Ich bin ja so voller im Jugendtrend. Aber die Nachricht ist mir dann doch zu hoch. Ich kippe mal, oder? Was war der Einzige noch gefehlt da? McGonagal. Ja. Vielleicht hattest du nochmal ein Wörterbuch zu Rate ziehen, damit man auch versteht, was du sagst. ich gucke mir genau an was du da tust bist ganz schön fast zitrone jetzt ganz schön merkwürdige wege zitrone muss ich dir schon sagen ja wir hatten kadote der letztes recht und jetzt ist jetzt zitrone das nächste lebensmittel was ich doch etwas sonderbar du bist sowas von verdächtig wie du läufst ist schon sehr suspekt ich gucke genau was du da machst mcgornigal tidy choral war in der nähe des körpers ach so ja das wundert mich aber wenn tidy choral die person dass die report hat das ist eine herausragende information ich wollte zitrone ich meine ich bin zu faul irgendwas zu sagen aber wenn zitrone schon okay mit e schreibt ist doch eine sehr junge person fühlt sich schon so ein bisschen so an als ob das jemand ist der tatsächlich so seltsam spielt kein plan entweder machen wir sowas gutes oder wir gehen unter das sind die beiden einzigen möglichkeiten tschüss tiny choral du warst sicherlich nicht imposter und haben wir jetzt richtig beschissene runde so kann man sich so kann man sich und da zitrone so freig draufgegangen ist bist du es auch nicht tja man weiß nie ne zitrone ist es nicht krank zumindest so interessant vertraute jetzt tatsächlich mal ich muss sowieso der hoch zum reaktor ich nehme die nächste bahn oder so hat sich erledigt mini post im mini post geht es ab sofort wieder imposter ab aufs klo hier kann ich mich gut verstecken wie will ich denn sein bierschiff bereits so schön war wenn ich wieder bierschiff gerade beim meeting ist nichts darum gekommen äh gut. Bierschiss killt Bierschiss. So muss es. Hier wird aber niemand reinkommen in die Ecke, oder? Ne, bestimmt nicht. Ooooooh. Das war nix mehr. Drei tot. Ja, nächster rauswurf ist dann wohl die Entscheidung. Vermutlich. Ne, Tatelle zur 100%. Shit. Warte mal. Warum... Ey, das ist schon wieder einer der Imposter-Kollegen, der es fragt. Wieso passiert das denn jetzt in jeder Folge? Könnt ihr mir das mal erklären, warum das jetzt in jeder Folge passiert? Also, wo das so ist, oder? Es sind natürlich erst zwei hintereinander, wo es so ist. Ey, das ist... Wenn das jetzt durchkommt, weil unser Imposter-Krieg das gesagt hat, dann wäre ich so nett, ne? Gut. Sarah wurde genannt, wurde auch mehrheitlich entschieden. Zum Glück ist das nicht ausgeartet. Das wäre es wieder gewesen sonst. Meine Güte, ey. Was soll das denn? Jetzt wird einfach gestartet, oder was mit fünf Leuten? Ja, pssst. Was auch immer. Ist mir auch egal. Los geht's. Mir mit fünf Leuten. Jo. Der Engineer ist unterwegs. Also, wer von euch ist es? Ist es Player, der einfach nur hier rumsteht? Oder Quikki-Ren, der auch ab und auf steht. Ja, wir gucken, was ihn jetzt angeht. Dann, wir gucken, was ihn jetzt ganz genau an, an den Typen. Oder Quikki-Ren, guck mal, was ihn an. Ne. Ich seh dich da o- Ich seh dich da o- Ist mir auch scheißegal. Ja. Ja. Du brauchst gar nicht so tun. Ne. Wenden hab ich ihn nicht gesehen. Ich hab ihn Shameshift gesehen. Wenden ist gut, Junge. Ja. Tut mir leid, aber wenn du in dem Winkel bist, wo man dich sehen kann beim Umziehen, dann... Was ist das für ein Fail, wundervolle Himbeer 1 gewesen? Ike. Gut. Ich meine... Wir können diese Demütigung noch in die Länge ziehen. Da hab ich auch nix unbedingt gegen. Die Sache ist, ich drück jetzt sowieso den Knopf. Das ist mir ja scheißegal. Ja, wo ist der denn hin? Der ist ja was gehauen. Der... Wow. Können wir das jetzt mal beenden, hier? So ein Arschloch. Ja. Junge, das ist das für ein Scheiß, ey. So... ... 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